Hallo Waldkauz-Freunde! Wir haben euch ja vor einiger Zeit den Rucksack-Husar ein Stück vorgestellt und sind daraufhin mehrmals angeschrieben worden. Wir sollen doch bitte für den Capriolus auch mal so ein Video machen und das holen wir heute nach. Willkommen beim Waldkauz. Wir stellen hochwertige Jagd- und Outdoor-Ausrüstung aus Loden, Filz und Leder her. In unseren Videos möchten wir euch unsere Produkte vorstellen, Tipps geben und einen Einblick in unser Atelier vermitteln, in dem wir täglich an neuen Ideen arbeiten. Viel Spaß! Der Capriolus ist sozusagen der kleinere Bruder vom Husarenstück und vom Zervus, weil er ein bisschen weniger Volumen hat. Aber der entscheidende Unterschied ist das Konzept, nach dem er aufgebaut ist. Und das erkläre ich jetzt gleich mal im Detail. Der Name Capriolus ist der wissenschaftliche Name fürs Reh und weil der Zervus mit dem wissenschaftlichen Namen für den Hirsch benannt worden ist, war es nur konsequent, den etwas kleineren Bruder nach dem Reh zu benennen. Die Materialien, die wir beim Capriolus verwenden, sind die gleichen wie beim Zervus. Das ist unser beliebter und bewährter Gebirgsloden. Das ist ein Loden, der ein besonders dickes Garn verarbeitet hat und dadurch eine gute Stabilität hat. Das Garn oder besser gesagt die Wolle kommt übrigens von Schafen aus dem Alpenraum. Das Fettleder, was wir hier verarbeiten, das kennt man auch von vielen unserer Produkte. Das nehmen wir deshalb so gerne, weil es sehr stabil ist, sehr, sehr pflegeleicht ist, witterungsbeständig und man nur alle Jubeljahre mal ein bisschen Fett drangeben muss, um es zu pflegen. Das ist eine sehr einfache Sache und nebenbei sieht es auch schön urig aus. Die Form ist schmaler und höher als beim Zervus und entspricht ungefähr der vom Husan-Stück, nur eben etwas kleiner. Die ist aus mehreren Gründen so gewählt. Zum einen ist es recht schlank auf dem Rücken, das heißt beim Hantieren mit der Waffe zum Beispiel hat man da wenig Berührungspunkte. Noch wichtiger ist aber, dass man mit diesem Rucksack reibungslos durch die Kanzeltüren kommt und nicht links und rechts im Türrahmen hängen bleibt. Das gleiche gilt natürlich für Dickungen, für irgendwelche engen, dichten Pirschwege und so weiter. Der Rucksack hat ein Volumen von 22 Litern im Hauptfach plus nochmal die zusätzlichen Taschen, auf die wir gleich ein bisschen detaillierter eingehen werden. Im Hauptfach ist zusätzlich nochmal ein Reißverschlussfach aus Baumwolle, was vom Format her ähnlich wie bei den anderen Rucksäcken für Jagdscheinen vorgesehen ist, für eine Warnweste, für ein paar Kleinigkeiten, die eher flacher sind und zwischen Rücken und dem Gepäck gut unterkommen können. Das Hauptfach wird verschlossen durch ein Zohrriemen, mit dem ich die Öffnung verschließen kann und darüber ein extra Deckel, der mit diesen beiden Lederriemen hier nochmal gehalten wird. Der dient einmal als Niederschlagsschutz und zum anderen ist er sehr praktisch, weil ich noch eine Decke drunter rollen und festzohren kann oder meine Jacke drunter hängen kann oder andere Gepäckstücke irgendwie da drin befestigen kann. Die anderen Taschen, die sind der wichtige Teil des Konzeptes. Das Hauptfach ist nämlich von Taschen ansonsten befreit, hat ein großes Fach wie gesagt. Die äußeren Taschen sind aber alle super einfach zu erreichen. Das Konzept ist halt, dass ich am Ansitz, auf dem Hochsitz, auf dem Drückjagdstand jederzeit auf meine kleinen Jagdausrüstungsteile zugreifen kann, ohne jedes Mal eine Decke rauswühlen zu müssen, eine Jacke rauswühlen zu müssen oder in den dunklen Tiefen des Rucksacks kramen zu müssen. Und damit sich das gut sortiert benutzen lässt, sind es unterschiedliche Taschen in unterschiedlichen Größen. Wir haben ja an der Seite, auf jeder Seite einfach, wo gut ein Spektiv reinpasst, wo eine Thermoskanne reinpasst oder halt etwas voluminösere Sachen. Ich habe jetzt zum Beispiel hier gerade einen Wildbergehaken drin mit einer Leine auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich eine Wasserflasche drin. Die Taschen werden durch einen Gummizug ein kleines bisschen zusammengezurrt, dass die Sachen nicht so leicht rausfallen können, die ich da drin aufbewahre und bieten so einen recht sicheren Halt, weil die Tasche schon halbwegs verschlossen ist auch. Die nächsten beiden Täschchen sind sehr schmal und hoch und die sind ganz bewusst so geschnitten, damit ich, wie man hier zum Beispiel sieht, ein Messer reinstecken kann. Auf der anderen Seite steckt eine kleine Taschenlampe drin. Kleine, schmale, hochformatige Gegenstände halt. Vorne haben wir eine aufgesetzte Tasche, wie man sie von einem Rucksack gewohnt ist. Die wird mit zwei kleinen Lederrieben verschlossen. In dieser Tasche befindet sich zusätzlich der Klettriegel, den wir von vielen Taschen und Rucksäcken von uns kennen, an dem ich das Modulus Patronetui-System befestigen kann. Das heißt, ich kann für verschiedene Waffen das Patronetui da einkletten und habe meine Munition schnell griffbereit und immer an der gleichen Stelle und weiß in der Dunkelheit auch, wo ich hingreifen muss. Dieser Klettriegel ist verschließbar. Das heißt, man kann eine kleine Klappe darüber machen. Wenn ich das also nicht benutze, bleiben mir auch keine anderen Gegenstände dran hängen und es macht auch keine fiesen Geräusche, während ich in der Stille des Abends beim Ansitz bin. Hinter der aufgesetzten Tasche gibt es nochmal zwei kleine Fächer. Da habe ich jetzt hier zum Beispiel gerade ein kleines Mauspfeifchen drin. Meistens steckt der Kanzelschlüssel da noch drin, dann weiß ich immer, wo er ist. Und ein Päckchen Kaugummi oder sowas geht halt auch problemlos rein. Das Riemensystem, die Trageriemen von dem Rucksack, sind aus Fettnubukleder, das hatte ich eben schon mal erwähnt, sind mit 3 mm Wollfilz unterfüttert. Das macht sie sehr angenehm zu tragen, sehr weich und auch auf längeren Strecken schneidet das Leder nicht in die Schultern ein. Die Befestigung ist lautlos, ähnlich wie beim Zervus, aber doch wieder ein bisschen anders. Wir haben eine Lederfilz-Ecke, die im Rucksackkorpus festgenäht ist und können über so ein Loch- und Riemensystem den Rucksackriemen in eine Länge verstellen. Das ist nicht das allerhandlichste, aber das macht man auch nur einmal und dann hat man es eingestellt. Und der große Pluspunkt ist, dass ich stattdessen keine Metallschnalle, keine Dornschnalle habe, aber nichts, was klappert. Und gerade, das kennt jeder, wenn man den Rucksack auf dem Kanzelboden abstellt, ist es oft so, dass es so ein fieses Klack-Klack macht und man sofort das Gefühl hat, dass man Unruhe gestiftet hat. Das ist damit komplett aus der Welt und es ist eine sehr stabile und sichere Verbindung. Hier oben hat er noch einen Griff, damit ich ihn nicht nur auf dem Rücken tragen muss, sondern auch handlich in die Hand nehmen kann und nicht immer nach einer Stelle suchen muss, wo ich zugreifen kann. An den Trageriemen habe ich zwei Schlaufen. Die werden auch mit einem Stückchen Kordel mitgeliefert. Die dienen einfach dazu, wenn ich mal länger unterwegs bin, dass ich diese Kordel hier vorne einschlaufen kann, mit einem Kreuzknoten oder mit einer Schleife ein bisschen fixieren kann und dadurch den Druck vom Brustgurt verändern kann und ein anderes Tragegefühl in den Schultern bekomme. Das heißt, wenn ich eine Ermüdungserscheinung auf den Schultern habe und das ein bisschen enger ziehe, dann rutscht der Gurt automatisch ein bisschen weiter nach innen und sofort liegt der Druck auf einem anderen Teil der Schulter und es wirkt direkt wieder viel angenehmer. Gerade wer das vom Wandern vielleicht kennt, weiß, wie komfortabel das sein kann, wenn man das hin und wieder ein bisschen verstellen kann. Ist aber eigentlich auch nur dann nötig, wenn man wirklich länger mit dem Rucksack mal am Berg oder auf einer langen, weiten Pirsch unterwegs ist. Hier oberhalb der Außentaschen haben wir noch zwei kleine Schläufchen, die dienen schlicht und einfach dazu, wenn ich mal einen längeren Gegenstand hier drin habe, dass ich nochmal mit einem Stück Kordel den fixieren kann. Wenn ich zum Beispiel einen Dreibein-Sitzhocker da reinstecke, da gibt es aus Alu diese Walkstools zum Beispiel, die ganz praktisch sind und sehr leicht. Wenn ich den festbinde, dann ist der einfach nochmal ein bisschen sicherer vor Verlieren und wer eine andere Verwendung findet, einen Hühnergalgen oder sowas, kann das natürlich auch dranhängen. Alles in allem ist der Capriolus ein schlanker Rucksack, etwas kleiner als seine beiden großen Brüder, aber durch das Außentaschenkonzept extrem gut bedienbar und extrem aufgeräumt, was die Jagdausrüstung angeht und hat seine Daseinsberichtigung durchaus neben den anderen Modellen. Die Videos von den anderen beiden Rucksäcken, die werde ich am Ende des Films verlinken, damit man die vielleicht mal im direkten Vergleich sich hintereinander ansehen kann und auch sieht, wo die Unterschiede sind zwischen Cervus, Husan-Stück und eben dem Capriolus und für sich selber ein bisschen entscheiden kann, was das richtige Modell für einen ist. In Zukunft werden wir stetig weiter Videos machen, andere Produkte erklären, gerade die, die ein bisschen erklärungsbedürftiger sind. Wir haben gemerkt, dass da ein sehr positives Feedback gekommen ist und die Leute mehr sehen wollen. Das heißt, es lohnt sich sicherlich, den Kanal zu abonnieren, wenn euch unsere Produkte interessieren. Da müsste links unten in der Ecke jetzt ein kleiner Button stehen. Ansonsten kann man das auch einfach unterhalb des Videos, steht irgendwo ein großer Abonnieren-Button und dann werdet ihr benachrichtigt, wenn das nächste Mal was auf dem Kanal passiert und könnt wieder vorbeischauen. Ich habe eben den Kreuzknoten erwähnt, mit dem ich die Trägerriemen fixiere, um sie ein bisschen enger oder ein bisschen weiter zu stellen. Das ist ein Seemannsknoten, das ist aber für Jäger ein super hilfreicher kleiner Knoten, den ich nur empfehlen kann, sich zu merken, weil man alles Mögliche sehr gut fixieren kann. Der hält bombenfest und das Schönste ist, was die meisten Seemannsknoten an sich haben, er lässt sich unheimlich leicht wieder lösen und man fummelt nicht rum. Ich fülle ihn jetzt einmal vor, am Beispiel von diesem Riemen, den ich feststellen will. Die Kordel ist eingeschlauft. Ich lege mir eine ganz normale Knotenschlaufe, wie wir das kennen, wie man einen Einfachknoten macht, bei einer Schleife zum Beispiel. Und jetzt kommt das Entscheidende. Ich muss mir merken, dass die Kordelenden, die zurückgeführt werden, immer neben sich selbst liegen. Das heißt, diese Kordel hier wird neben ihrer ankommenden Strecke gelegt. Genau das gleiche auf der anderen Seite. Die kommt von hier oben in die Schlaufe rein, wird daneben gelegt. In dem Fall schiebe ich sie also von unten durch und habe sie nebeneinander liegen. Die liegt neben sich selbst und die liegt neben sich selbst. Wenn ich den Knoten jetzt anziehe, zieht der sich richtig fest und ich kann mich daran wirklich dranhängen, ohne dass irgendwas passiert. Das ist ein bombenfester Knoten. Und das Schöne ist, ich brauche nur gegeneinander schieben, ein bisschen hin und her bewegen und das sofort wieder offen. Das heißt, ich kann den blitzschnell, ich mache das jetzt nochmal vor, blitzschnell Knoten, habe ihn stabil und genauso blitzschnell habe ich ihn wieder geöffnet. Vielen Dank fürs Zuschauen und für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.